Für rund 30 Menschen aus der Region mit einer Behinderung hatte es Anfang September einen Tag der offenen Tür in der Reitanlage an der Bosel in Sörnewitz gegeben. Dabei standen eine Stallbesichtigung und der hautnahe Kontakt mit den Tieren vor Ort auf dem Programm. Sehr wichtig ist es, dass sich unsere Gesellschaft auch um Menschen mit Behinderung kümmert. Für dieses Anliegen gibt es Einrichtungen, die sich mit genau diesen Menschen aufopferungsvoll beschäftigen. Behinderten soll die Möglichkeit gegeben werden, zu arbeiten oder ganz einfach etwas Praktisches zu tun. Dies geschieht unter anderem in den Werkstätten des Deutschen Roten Kreuzes in Meißen, eine Arbeitsstätte für Menschen mit Behinderungen. Für Ausflüge oder eine Art Wandertag ist dann aber oft kein Geld vorhanden. Der Besuch der Sörnewitzer Reitanlage an der Bosel wäre kaum möglich gewesen, wenn man dort nicht sehr entgegenkommend gewesen wäre. Es sind Menschen mit Behinderungen aus den DRK-Werkstätten Meißen, die wir heute zu uns eingeladen haben oder beziehungsweise die uns besuchen. Weil natürlich Tiere im Allgemeinen für die Menschen mit Behinderungen viel Emotionen bringen und das wollten wir denen heute gerne ermöglichen. Selbstverständlich werden Führungen in der Reitanlage im Normalfall für jedermann, aber eben für einen gewissen Obolus angeboten. Auch hier muss wirtschaftlich gearbeitet werden. Die berühmte Ausnahme bestätigt aber die Regel. Es kam aus einer Anfrage der DRK-Werkstätten Meißen und ich selber habe im engsten Umkreis auch mit Kindern mit Behinderungen zu tun. Und das ist natürlich Motivation genug, so eine Veranstaltung gerne zu machen. Jacqueline Ullmann, Inhaberin der Reitsportanlage und ehemalige Stadträtin der DSU, hatte die Besucher mit Behinderung am 3. September persönlich begrüßt. Anschließend führte sie alle in zwei Gruppen aufgeteilt durch die Anlage. Alle durften sicher sehr dankbar gewesen sein, einmal zu sehen, wie Pferde untergebracht sind. Auch das Gefühl, diese großen Tiere zu striegeln oder gar zu streicheln, könnte für sie sehr emotional gewesen sein. Dies alles wurde von Seiten der Anlagenbetreiber mit einer Vielzahl von Erklärungen untermauert. Sehr schön, sehr schön. Deswegen hatten wir das auch geplant, weil gerade die Tiere und die Menschen mit Behinderung haben eine gewisse Nähe, eine gewisse... Und ja, sie ziehen sich quasi an. Und es ist auch sehr schön zu sehen, wie manche Mitarbeiter, sag ich mal, ein bisschen Respekt davor haben und sich dann doch trauen. Ich kann es auch nur empfehlen, das noch weiter so zu machen, auch vielleicht, dass auch noch andere Leute mit hierher kommen. Weil ja, gerade die Menschen mit Behinderung, die Tiere, ist sehr schön. Zu Hause sind diese Menschen unterschiedlichen Alters mit Behinderung hier unmittelbar in der Region. Tagsüber werden sie liebevoll von den Mitarbeitern der DRK-Werkstätten betreut, mit dem Ziel, die Persönlichkeit der behinderten Menschen weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen bzw. zu sichern. Sind aus dem Umkreis Meißen oder halt auch außerorts und manche hier schwerstmehrfachbehindert oder psychisch behindert, geistig Behinderte. Ja, eigentlich alles, wer kleine Mängel, sag ich mal, hat. Von Seiten der Anlagenbetreiber musste man natürlich schon aufpassen, dass gerade bei diesem Besuch nichts passiert. Doch man war dabei eher gelassen. Es ist genau das, was man immer denkt oder was die Eltern auch immer denken. Die Pferde sind groß und tun den Kindern was. Aber es ist eher das Gegenteil. Pferde sind sehr genügsam, sind sehr liebevoll und wollen dementsprechend auch so behandelt werden. Und Kinder können das immer hervorragend und auch Menschen mit Behinderung sind in dieser ganzen Sache hervorragend. Und deshalb sind wir von vornherein davon ausgegangen, dass nichts passieren wird. Derzeit werden die Pferde jetzt geputzt von den Menschen mit Behinderung und es ist einfach toll anzusehen, wie beides dort miteinander funktioniert. Zum Abschluss des Ausfluges durften sich alle noch genüsslich niederlassen, um ihr mitgebrachtes Mittagessen einzunehmen. Ob Menschen nun eine Behinderung haben oder nicht, willkommen ist auf der Reiteranlage an der Boseln-Sonnewitz jeder. Anmelden kann man sich dort ganz problemlos, jederzeit, per E-Mail, mit einem Anruf oder man versucht es ganz einfach bei einem spontanen Besuch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017